Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen wa afdalu salati wa salam ala nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zithna ilma rabi shrahli sadli wa yassirli amri wachnu al-uqudata min lisani yafqahum qawli thumma amma ba'd Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh meine lieben Geschwister Wir waren heute in scha'Allah ta'ala mit Sura' Al-Tagabun Teil 2 weiter machen. Ich habe gesagt, es ist eine Sura in der es sowohl medinensische als auch mekanische Ayat gibt Wenn wir uns das Thema der Sura anschauen, dann merken wir die Thematik ist sowohl mekanisch als auch medinensisch Gerade der heutige Teil, mit dem wir uns beschäftigen werden, dort stark darauf hin dass diese Ayat in Medina offenbart wurden und zwar nach der Hijra unseres Propheten Muhammad und wir haben letzte Woche auch kennengelernt wie diese Sura aufgeteilt ist und wir haben sie in drei grobe Bereiche aufgeteilt gehabt. Weiß noch jemand welche drei groben Bereiche das sind? Drei grobe sozusagen Teile dieser Sura? Erst einmal beginnt die Sura mit der Lobpreisung Allahs die ersten wie viele Ayat? Ich glaube die ersten vier Ayat beginnen mit der Lobpreisung Allahs subhanahu wa ta'ala dann berichtet die Sura über Ereignisse die in der Vergangenheit stattgefunden haben in Bezug auf diejenigen welche den Glauben verleugnet haben um dann überzugehen zu einer Aufforderung zu glauben um dann zu berichten was am jüngsten Tag mit diesen Menschen welche den Glauben abgelehnt haben geschehen wird und hier ist dann der Schlüsselbegriff in dieser Ere Nummer 9 um den sich diese gesamte Sura dreht nämlich welcher Begriff? At-Tarabun und was war nochmal At-Tarabun? Wir hatten das Wort At-Tarabun erklärt gehabt was bedeutet nochmal Yaum At-Tarabun Wälike Yaum At-Tarabun was bedeutet das? Yaum At-Tarabun könnt ihr euch noch an die Übersetzung erinnern? von Ruben was heißt denn Ruben? Wir haben eine Kalimete Ruben Gabbina Fulanen Gabbina Fulanen Vilbi' Jemanden über das Ohr hauen oder verlustreich sein bei seinem Handel Marbun Rajul Marbun ist jemand der Verlust erlitten hat im Handel und zwar nicht auf Anhieb sondern später erst merkte oh das war doch kein erfolgreicher Handel gewesen und deswegen hatten wir auch mehrere Übersetzungen der Tag der Übervorteilung der Tag des Gewinnes und des Verlustes und die gesamte Sura dreht sich eigentlich darum dass die Menschen alle am jüngsten Tag versammelt werden an jedem Tag wo er euch zu dem Tag der Versammlung dann versammeln wird jener Tag ist der Tag des Verlustes und des Gewinnes wir alle werden vor Allah stehen ohne Ausnahme die Gläubigen die Ungläubigen die Frommen die Nicht Frommen die Ehrlichen die Unehrlichen wir werden alle vor Allah stehen und an diesem Tag wird sich herausstellen wer wirklich erfolgreich gewesen ist und wer zu den Verlustreichen gehört das ist dieser Tag und Allah er hat in diesem zweiten Abschnitt aufgezeigt dass diejenigen welche ungläubig sind auch wenn sie glauben dass sie erfolgreich sind in dieser Dunia am Ende aber zu den Verlustreichen gehört werden und dann in derselben Ähre spricht Allah dann noch einmal über die Erfolgreichen wer glaubt und rechtschaffen handelt dem werden seine Sünden getilgt und er wird in ein in Gärten geführt unter denen Bäche fließen um ewig darin zu bleiben und das ist der wahre Gewinn darum geht es wer es schafft das Paradies zu betreten der hat gewonnen selbst wenn er in dieser Dunia alles verloren haben sollte nochmal ganz wichtig dass wir das nie vergessen es geht nicht darum dass wir als Muslime keinen Erfolg in der Dunia haben sollen nein sondern es geht darum zu verstehen dass aber nur derjenige wirklich erfolgreich ist der am Ende im Erkirah gewonnen hat nur der ist erfolgreich du kannst in der Dunia noch so erfolgreich gewesen sein in weltlichen Angelegenheiten wenn du diese diese Tatsache nicht verstanden hast und nicht verinnerlicht hast dann wirst du am jüngsten Tag überrascht sein dass du nicht zu den Gewinnern gehörtest sondern eigentlich zu den Verlierern bei der Zeit der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust und dann zeigt Allah die Gewinner auf außer denjenigen die glauben rechts schaffen handeln und sich gegenseitig zur Wahrheit ermahnen und sich gegenseitig zur Geduld ermahnen und das darf ich als Muslim niemals vergessen das heißt obwohl diese Ejad an eine Zuhörerschaft gerichtet sind welche Kufr begangen hat welche nicht glauben wollte welche diese Tatsache nicht wahrhaben wollte gelten diese Ejad natürlich auch für mich als Muslim und deswegen werden wir auch in der zweiten Hefte dieser Sora gleich sehen dass Allah Ta'ala uns jetzt bestimmte Dinge gebietet an denen wir festhalten sollen damit wir nicht zu den Verlustreichen gehören uns aufzuzeigen dass auch wenn du Verluste erlitten hast in dieser Dunia solange du in Akhirah erfolgreich bist ist dieser Verlust in dieser Dunia eigentlich nicht wirklich ein Verlust sondern es ist dein Weg zum eigentlichen Erfolg und Allah subhanahu wa ta'ala er berichtet genau hierüber jetzt in dem zweiten Teil der Surah in dem er jetzt nämlich auf vier Dinge eingeht vier Dinge eingeht welche einen Menschen abhalten könnten wenn er sie nicht beherzigt vom wahrhaftigen Erfolg und welche ihn sollte er sich nicht daran halten zu den Verlustreichen gehören lassen und Allah subhanahu wa ta'ala er beginnt mit dem ersten Gebot mit dem ersten Ratschlag an die Gläubigen und hier müssen wir wieder die Situation betrachten wenn wir sagen ah diese Surah wurde wahrscheinlich kurz nach der Hijra offenbart wahrscheinlich in diesem Rahmen dann haben wir jetzt Menschen die viel Verlust erlitten haben die Sahabe sie mussten alles opfern die Muhajirun haben alles hinter sich gelassen es ist nicht einfach jemand der alles hinter sich lassen muss was er aufgebaut hat sein Leben lang Vermögen Haus Familie es ist nicht einfach das allem versuch aufzugeben von einem Tag auf den anderen für Allah subhanahu wa ta'ala es gibt viele die an dieser Prüfung gescheitert sind auch Muslime die daran gescheitert sind zur Zeit des Propheten zu lausagen und Allah subhanahu wa ta'ala er berichtet genau in dieser Surah darüber und Allah subhanahu wa ta'ala er will zunächst erst einmal denjenigen die Verlust erlitten haben entweder indem sie liebe Menschen verloren haben oder indem sie ihr Vermögen verloren haben oder indem sie ihre Familie hinter sich lassen mussten in Mecca weil sie nicht bereit waren mit ihnen zu gehen oder weil sie nicht geglaubt haben Allah subhanahu wa ta'ala er will diesen Menschen zunächst erst einmal Mut machen und ihnen aufzeigen das gehört dazu das ist ein Teil dieses Weges und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Ayah Nummer 11 ma asaba min musibatin illa biiznillah kein Unglück trifft jemanden außer mit Allahs Erlaubnis Allahu Akbar diese Ayah ist so unglaublich wichtig es gibt mehrere dieser Ayah denen Allah subhanahu wa ta'ala es noch einmal aufzeigt jedes Unglück was einem Menschen widerfährt geschieht geschieht mit der Bestimmung Allahs und das heißt nicht weil es sich getroffen hat dass Allah ta'ala dich nicht liebt oder dass Allah ta'ala sich von dir abgewandt hat oder dass Allah ta'ala dich bestrafen möchte nein darin liegt immer eine tiefe Weisheit und darin kann sogar etwas Gutes liegen wenn ich richtig mit dieser Prüfung umgehe ma asaba min musibatin illa biiznillah und jetzt fügt Allah ta'ala etwas sehr Wichtiges hinzu und zwar wa man yu'min billahi biqalba und wer an Allah glaubt dessen Herz leitet er recht das ist damit gemeint ist nicht jemand der an Allah glaubt schon recht geleitet welche Form von Recht meint denn hier Allah ta'ala ich meine ist doch eigentlich doppelt gemoppelt wer an Allah glaubt dem leitet er recht er ist doch schon recht geleitet deswegen glaubt er auch an Allah subhanahu wa ta'ala welche Form von Rechtleitung meint denn Allah ta'ala hier Abdullah ibn Abbas er erklärt uns das indem er sagt über diese Ära wa man yu'min billahi yahdi qalbah ya'ni yahdi qalbahu bil yaqin damit ist gemeint dass Allah sein Herz zur Gewissheit führt welche Form von Gewissheit und was kann der Mutmin daraus ziehen fa ya'lamu enna ma asabahu lam yakun liukhti'ahu wa ma akhto'ahu lam yakun liukhibahu sodass er weiß dass das was ihm widerfahren ist ihn nicht hätte verfehlen sollen also es hätte ihn treffen sollen weil es von Allah so bestimmt wurde und dass das was ihn verfehlt hat ein Unglück ein Schicksalsschlag ihn nicht hätte treffen sollen weil es so nicht für ihn vorgesehen war welche Art von Rechtleitung spricht Allah hier an und zwar dass ich den Sinn und Zweck dieser dunya und meines Daseins und dieser ganzen sunnan el kauniya dieser ganzen Gesetzmäßigkeiten in diesem Universum verstanden habe und mich somit zufrieden gebe egal was von Allah kommt wenn ich geprüft werde bin ich geduldig durch einen Schicksalsschlag wenn ich geprüft werde durch eine Gnade dann bin ich dankbar bewundernswert ist die Angelegenheit des Mu'min seine Angelegenheit ist in jeder Hinsicht gut für ihn dieser Hadith so schön immer wieder weil dieser Hadith erklärt so viel wenn ihm Gutes zustößt dann ist er dankbar und es ist besser für ihn wenn ihm Schlechtes zustößt so ist er geduldig und dies ist besser für ihn der Mu'min hat es verstanden und das ist die Hidayah die Allah in dieser Ehe meint wer wirklich den Imam verinnerlicht hat der versteht warum bestimmt der Gnade geschehen und der verhält sich dementsprechend auch korrekt und richtig wer es aber nicht verstanden hat wer nicht wirklich den Imam an Allah verinnerlicht hat der wird bestimmte Dinge die ihm erfahren die ihm geschehen völlig falsch werten wenn er einen Unfall hat dann denkt er Allah hat mich bestraft warum trifft es gerade mich warum nicht den anderen ich habe doch immer gebetet warum denn jetzt so etwas liebt mich Allah nicht hat sich Allah von mir abgewandt gibt es überhaupt Gott wenn ich ihn angebetet habe dass er mich jetzt prüft mit solch einer harten Prüfung oder wenn er dann von Allah bekommt denkt er bestimmt gibt mir das Allah weil ich so ein guter Muslim bin bestimmt gibt mir das Allah weil er mit mir zufrieden ist obwohl es nur eine Prüfung ist wer sagt dass Allah mit dir zufrieden ist so weil du Geld bist Geld ist nichts was ist Geld würde diese Dunja auch bei Allah nur so viel wert sein wie der Pflügel einer Mücke dann hätte Allah einem Kafir einem Ungläubigen nicht einmal einen einzigen Schluck Wasser gewährt diese Dunja ist nichts wert bei Allah und deswegen kann es sein dass jemand der das nicht verstanden hat glaubt ah das ist eine Auszeichnung wie in der Geschichte von dem Mann mit den zwei Gärten in Surat al-Kah der dachte ah das ist eine Auszeichnung also Allah muss ja mit mir zufrieden sonst hätte er mir das ja nicht gegeben schaut mal subhanallah er versteht nicht dass es auch nur einfach was eine Prüfung ist und dass Allah schauen möchte ob ich dankbar bin wie in dem anderen Fall er schauen möchte ob ich geduldig bin das ist alles worum es geht und wer an Allah glaubt dessen Herz leitet er recht so dass er versteht warum bestimmte Dinge geschehen und sich dementsprechend richtig verhält und Allah weiß über alles Bescheid Allah ta'ala er sagt diesbezüglich als Bestätigung im Surat al-Hadid kein Unglück geschieht auf der Erde oder in euch selbst außer dass er sich in einem Buch befindet bevor es überhaupt geschehen ist bevor es Allah überhaupt geschehen lässt und er schafft das ist leicht für Allah ein leichtes für Allah damit ihr nicht verzweifelt wenn euch etwas Schlechtes geschieht und euch nicht übermütig freut darüber was er euch gegeben hat subhanallah wie schön der Koran ist wenn ich es nur verinnerlicht habe wenn ich es nur was verinnerlicht habe und deswegen subhanallah wir müssen nochmal unterscheiden zwischen dem theoretischen Wissen und zwischen dem Wissen was ich wirklich in meinem Herzen verinnerlicht habe es gibt viele Muslime auf dieser Welt die eigentlich die Theorie kennen aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt diese Theorie nicht umsetzen die wissen ganz genau wie man sich zu verhalten hat eigentlich als Muslim wenn ihnen etwas geschieht oder wenn sie etwas bekommt von Allah wie als einmal der Prophet zu Hause an einer Frau vorbeikam die an einem Grab saß und weinte und Weglage betrieb und der Prophet zu Hause sagte sei geduldig und sie sah ihn nicht und sagte einfach nur hier ist nicht das widerfahren was mir widerfahren ist das ist ein Unglück dann sah das jemand erzählte ihr das ist der Prophet zu Hause gewesen woraufhin sie sich entschuldigen wollte beim Propheten zu Hause und sie sagte einfach nur Geduld ist im ersten Moment der Geduld sie kannte dieses theoretische Wissen aber sie hat es nicht in diesem Moment verinnerlicht gehabt und heutzutage viele viele Muslime die die Theorie kennen die eigentlich wissen wie man sich richtig verhalten sollte aber es nicht verinnerlicht haben weswegen Allah sagt und wer wirklich den Imam verinnerlicht hat an Allah nicht einfach nur ich bin Muslim äußerlich sondern ich habe es wirklich verinnerlicht in meinem Herzen dem wird Allah recht leiten dessen Herz wird Allah recht leiten der wird richtig umgehen mit dieser Situation nur wenn Allah zu ihm gehören lässt und sagt Allah weiß über alles Bescheid das ist das erste Gebot ganz wichtig für die ersten Muhajirun diejenigen die alles geopfert haben für Allah das sollte geschehen Allah wusste was das geschehen wird aber es gehört zum göttlichen Plan und dann kommt der nächste Ratschlag und das nächste Gebot was mir dabei helfen wird dass ich als Muslim am jüngsten Tag am Tag des Tarabum des Gewinnes und des Verlustes zu den Gewinnern gehöre und nicht zu den Verlierern und das ist jetzt noch einmal eine allgemeine Regel die jeder Muslim zu befolgen hat ohne die ich nicht das Paradies betreten kann so sagt so sagt Allah Ta'ala was darauf hindeutet wie wichtig dieses Gebot ist und dass es zu den grundlegenden Geboten des Islam gehört der Gehorsam gegenüber Allah und der Gehorsam gegenüber den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam was ist interessant an dieser Ere und zwar Allah Ta'ala er wiederholt das Verb gehorcht auf Arabisch zweimal hätte es nicht gereicht wenn Allah gesagt hätte es gibt auch eine Ere die so ähnlich ist wo Allah Ta'ala nur einmal erwähnt hätte das nicht reichen können hätte reichen können es würde auch den Sinn und Zweck erfüllen aber wieso wiederholt Allah Ta'ala das Verb gehorcht zweimal einmal für Allah als Objekt also gehorcht Allah und einmal für den Propheten der hier das Objekt dieses Verbes ist dieses Imperativs warum warum wiederholt das Allah was können wir daraus für eine wichtige Lehre für uns ziehen ich meine der Koran ist ja perfekt und vollkommen und es macht ja keinen Sinn dass der Koran ein Verb wiederholt wenn es eigentlich auch anders hätte zum Ausdruck gebracht werden können ja die Stellung vergleicht zwischen Allah und dem Propheten der ein Mensch ist dann würde man vielleicht sagen also die Priorität bei Allah lassen über dem was Allah sagt aber das was der Gesandte sagt vielleicht vernachlässigt also Allah will uns im Grunde genommen aufzeigen derjenige der dem Gesandten Allahs gehorcht gehorcht automatisch auf wen Allah mit anderen Worten derjenige der dem Gesandten Allahs nicht gehorcht gehorcht auch nicht Allah wir gehorchen dem Gesandten Allahs weil wir Allah gehorchen ganz wichtig das heißt der Gesandte Allahs ist ein auserwählter Mensch dem wir gehorchen nicht weil er ein Mensch ist sondern weil Allah von uns verlangt hat dass wir ihm gehorchen sollen also am Ende gehorchen wir Allah indem wir dem Gesandten Allahs gehorchen und Allah Ta'ala er bestätigt das an anderen Stellen im Koran sagt Allah Ta'ala beispielsweise wer dem Gesandten gehorcht der gehorcht Allah und wer sich abkehrt so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt ebenfalls Vers 59 oder ihr glaubt gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten wieder diese Wiederholung und dann aber ohne Wiederholung und den Befehlshabern unter euch warum wiederholt Allah Ta'ala jetzt nicht das Verb zum dritten Mal bei den Befehlshabern der Grund ist weil unser Gehorsam gegenüber den Befehlshabern davon abhängt ob sie Allah und dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gehorchen oder nicht das heißt wenn irgendjemand egal wer es ist mein Vater meine Mutter ein Präsident im Militär mein Kommandant von mir etwas verlangen würde was eindeutig den Geboten Allahs widerspricht dürfte ich ihm dann gehorchen nein egal wer es ist ganz klar wenn es eindeutig gegen Allah und gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam entspricht dürfte ich ihn nicht gehorchen und das ist der Unterschied der Gehorsam gegenüber irgendeinem Menschen auf dieser Welt außer dem Gesandten Allahs ist immer abhängig von was davon ob es dem entspricht was Allah und der Prophet gesagt haben sallallahu alaihi wa sallam beim Gesandten Allahs weiß ich aber wenn er etwas sagt dann ist es immer im Einklang mit dem was Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat und ich als Muslime muss das befolgen warum ist das so wichtig gerade in unserer heutigen Zeit das haben wir schon oft erwähnt aber wir müssen das immer wiederholen weil diese Fitne gewaltig ist und groß ist und viele leider anfällig sind für solche merkwürdigen Aufrufe nämlich die Aufrufe von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Abstimmung zu halten wir sagen die Sunna brauchen wir nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist hier wirklich was gewesen ein Bote nicht mehr und nicht weniger aber wir sehen selbst viele der Ayat des Korans könnten wir gar nicht umsetzen als Muslime wenn wir doch den Koran als zeitlos sehen wenn wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ablehnen würden und hier noch einmal eine Warnung an jeden Muslim und jede Muslimin nehmt euch in Acht vor solchen Aussagen weil sie führen in die Irre sie führen in die Irre und sie widersprechen dem Worten Allah subhanahu wa ta'ala wie wir gerade nur anhand von drei Ayat gesehen haben es gibt noch viele viele andere Ayat die genau das bestätigen was wir gerade gesagt haben dass wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam genauso behorsam zu leisten haben wie Allah weil Allah das von uns verdient hat dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayat فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ wenn ihr euch jedoch abkehrt so obliegt unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung der Botschaft sehr wichtig auch für jeden Muslim der Da'ua machen möchte es gibt manche Leute gerade auch Leute die noch nicht so viel Erfahrung haben in der Da'ua die vielleicht auch gerade angefangen haben zu praktizieren die sind sehr sehr eifrig sind die dann versuchen Druck auszuüben auf die Menschen die um sie herum sind und sie schon fast regelrecht versuchen zu zwingen zu praktizieren obwohl sie selbst teilweise noch vor einigen Monaten oder Jahren nicht praktiziert haben Allah ta'ala er sagt zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in einer anderen Sura أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ الْنَاسَ حَتَّى يَكُونَ مُؤْمِنِينَ willst du einfach die Menschen dazu zwingen bis sie gläubig sind funktioniert nicht wenn sich die Menschen abwenden dann wenden sie sich ab es liegt nicht in deiner Hand du kannst nur was machen du kannst nur die Botschaft verkünden nicht mehr und nicht weniger du kannst Dauer machen rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit auf und mit guter Ermahnung das ist deine Aufgabe als Muslim nicht mit Druck mit Nachdruck mit Zwang funktioniert nicht dass du sie verurteilst etc das wird nicht funktionieren sondern wir können es nur so machen wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat indem man nämlich versucht die Menschen auf schöne Weise dann für Allah subhanahu wa ta'ala zu gewinnen nach dieser Ehe kommt nochmal ein Nachtrag und zwar allahu la ilaha illahu wa ala allahi fal yata wakkalini mu'minun Allah es gibt keinen Gott außer ihm und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen worauf bezieht sich diese Ehe diese Ehe bezieht sich wahrscheinlich auf dieses erste Gebot nämlich wo es darum geht dass man versteht warum Allah ta'ala einen Menschen prüft mit Schicksalsschlägen und Allah ta'ala er bestätigt hier noch einmal dass es keinen Gott gibt außer ihm er ist der Einzige der irgendetwas in diesem Universum bestimmen kann und derjenige der den Iman verinnerlicht hat der wird automatisch sein ganzes Vertrauen in Allah setzen so wie unsere Mutter Hajar alaihi wa sallam als Beispiel sie wurde zurückgelassen in einem Tal ohne jegliche Vegetation kein Wasser nichts keinem Menschen allein gibt es für eine Frau eine größere Muslime ein größeres Unglück von ihrem Mann einfach so allein zurückgelassen zu werden in einer Wüste ich glaube jeder Mann hatte genauso Angst wie wahrscheinlich sogar noch mehr Angst als unsere Mutter Hajar alaihi wa sallam und da auch noch mit einem Kleinkind nicht nur allein sondern auch noch mit einem Kleinkind was für eine Muslime und trotzdem hat sie Allah vertraut weil sie wusste wenn Allah etwas verlangt dann werde ich vertrauen nur wer wirklich Iman hat wird Allah vertrauen können weil das Vertrauen in Allah ist abhängig davon ob ich verinnerlicht habe dass Allah die Eigenschaften besitzt die mich ihm vertrauen lassen guckt mal ich gebe euch ein Beispiel wenn ich ein beispielsweise medizinisches Problem habe wem vertraue ich mir oder wem vertraue ich dann meine Gesundheit an jemandem der medizin studiert also ich vertraue seiner Expertise ich vertraue was seiner Expertise und deswegen wende ich mich an sonst würde ich mich niemals an ihn wenden weil ich weiß ah der hat einen Abschluss in Medizin ja es gibt auch gute Rezensionen auf weiß ich Google ja und dem vertraue ich meinem Problem an wenn ich ein juristisches Problem habe dann vertraue ich einem Anwalt einem Juristen mehr als mir selbst weil ich glaube er wird mich besser vertreten können als ich mich selbst vertreten könnte weil er sich mit der Gesetzeslage auskennt er hat das jahrelang studiert und deswegen vertraue ich ihm meine Freiheit sogar an oder an ob ich dann eine Strafe bekomme oder nicht oder wie auch immer und Allah vertraue ich weil ich Allah ebenfalls kenne und seine Eigenschaft kenne ich weiß er ist der einzige Schöpfer in diesem Universum der einzige der etwas bewirken kann er ist derjenige der über alles Bescheid weiß er ist derjenige der zu allem die Macht hat er ist der allweise der allwissende der allsehende der allhörende wenn ich das verinnerlicht habe bleibt mir dann etwas anderes übrig als Allah zu vertrauen das bleibt mir nichts anderes übrig das heißt jemand der kein Vertrauen in Allah hat der hat nicht wirklich die Eigenschaften Allahs verinnerlicht deswegen sagt er unser Prophet sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tisaatan und tisaina isma mi'atan illa wahida Allah ta'ala er hat 90 na 100 weniger ein dann sagt er man ahsaha dachal jannah wer sie umfasst wird das Paradies betreten er sagt nicht wer sie auswendig kann sondern er sagt wer sie umfasst wer sie kennt wer sie verinnerlicht hat der wird das Paradies betreten warum weil derjenige der sie verinnerlicht hat wird sein gesamtes Leben dementsprechend danach ausrichten und das führt automatisch wohin das führt automatisch zum Paradies und deswegen Allah sagt es ist eine Tatsache wa alallahi faliyatawakkal eine Aufforderung ja und auch gleichfalls eine Tatsache aber hier ist eine Aufforderung wa alallahi faliyatawakkal in mu'minun und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen und jetzt kommt das dritte Gebot wo es um eine Art auch Warnung geht aber gleichzeitig auch um eine Art Gebot wie ich mit dieser Situation umzugehen habe Allah ta'ala er sagt in der Ayah Nummer 14 O die ihr glaubt unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche die euch feind sind Allahu Akbar Nochmal O die ihr glaubt unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche die euch feind sind so seht euch vor ihnen vor so seid ihr sozusagen vor ihnen auf der Hut wenn ihr aber verzeiht wenn ihr aber verzeiht nachsichtig seid und vergebt gewiss so ist Allah vergebend und bemerkert sich diese Eie wenn man sie erst einmal hört klingt sie merkwürdig das heißt Kinder und Ehegatten Ehegattinnen sind ein Feind dass ich mich vor ihnen in Acht nehmen kann ich meine ich liebe meine Frau meine Frau liebt mich oder die Frau liebt ihren Ehemann ja wie kann sie ein Feind sein was ist damit gemeint diese Eie werde ich besser verstehen wenn ich den Offenbarungsanlass bezüglich dieser Eie kenne und zwar gibt es jetzt mehrere Überlieferungen die eigentlich auf dasselbe hindeuten so wird überliefert von Abdullah und Abbas dass er sagt also diese Eie wurde herabgesandt diese Eie wurde herabgesandt in Bezug auf Leute die sozusagen in Meckar gelebt haben ihre Ehegatten das kann auch sozusagen sowohl Mann als auch Frau sein also ihre Ehegatten oder ihre Ehegattinnen je nachdem ob der Mann oder die Frau die Hijra machen wollte und ihre Kinder haben sie daran sozusagen haben sich dagegen gestellt dass sie sie im Stich lassen allein lassen also sie waren dagegen gewesen dass sie nach Medina zum Propheten und dann später nachdem der Prophet schon ausgewandert war nach einiger Zeit kamen sie dann nach Medina und haben aber gesehen als sie beim Propheten waren dass die Leute so viel gelernt haben über den Islam und sie wollten dann ihre Familien dafür sozusagen bestrafen warum habt ihr mich abgehalten ich wollte eigentlich auswandern und du bist der Grund dafür dass ich jetzt so viel verpasst habe ich konnte deinetwegen nicht an der Schlacht von Badr teilen in deinetwegen habe ich nicht die ganzen Predigten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hören können deinetwegen habe ich nicht die ganzen Ayat hören können die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu den unterschiedlichen Anlässen auf dem Bad bekommen hat und ich wollte ihr habt mich davon abgehalten woraufhin Allah ta'ala dann herabgesandt hat wenn ihr aber verzeiht nachsichtig seid und vergibt gewiss so ist Allah allvergebend barmherzig subhanallah es gibt noch wir kommen auch auf die anderen Ahadith zu sprechen inshaAllah ta'ala diese ähe ist unglaublich wichtig unglaublich wichtig für jeden Muslim für jede Muslimin der etwas auf dem Wege auch was machen möchte weil eine der größten Herausforderungen meine lieben Geschwister für einen Da'i für jemanden der etwas für den Islam machen möchte sind meistens immer die eigene Familie deine Frau oder dein Mann der dich versucht daran zu hindern du musst mit uns mehr Zeit verbringen warum gehst du wieder in die Moschee warum gehst du nicht lieber noch ein bisschen arbeiten damit wir uns mehr sozusagen damit wir mehr verdienen können immer bist du mit deinen Brüdern zusammen immer gehst du zu der Schwesternsitzung gehen und dann gibt es Streit und Probleme sehr verbreitet und ich weiß wovon ich rede ich kenne das nicht meine Frau ich rede nicht von meiner Frau Alhamdulillah sie ist halt sehr tolerant teilweise auch manchmal zu viel da gebe ich ihr auch recht aber ich kenne viele andere Fälle wo das ein großes Problem ist ein sehr großes Problem ist und manchmal manchmal geht es dann nicht nur um freiwillige Sachen sondern manchmal geht es sogar um essentielle Sachen wie beispielsweise am Gemeinschaftsgebet teilnehmen warum gehst du jetzt zur Moschee um zu beten bleib doch zu Hause bete zu Hause obwohl es eigentlich stark empfohlen sogar nach einigen Geländen verpflichtet ist für einen Muslim in der Gemeinschaft zu beten warum gehst du schon zum Juma so weit kann es auch gehen und die Hijra zur Zeit des Propheten war eine Pflicht gewesen keine Sondra das heißt wenn wir über freiwillige Dinge sprechen könnte man auch sagen okay aber wenn es um Pflicht Dinge geht darf ich mich als musste niemals davon abhalten lassen egal wer es ist weder meine Kinder noch mein Ehepartner noch meine Ehepartnerin Kein Gehorsam gegenüber einem Geschöpf im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer ganz wichtig deswegen ich appelliere an meine Schwestern und ich appelliere an meine Brüder ja versucht euch immer wenn ihr irgendwann mal heiraten solltet die noch nicht verheiratet sind für diejenigen die verheiratet sind gilt natürlich dasselbe ja versucht euch immer gegenseitig zu unterstützen im Guten ein bisschen Sabor zu haben und zu wissen diese Zeit die ihr opfert für Allah Ta'ala wird am Ende ein Segen sein für eure Familie und spreche aus Erfahrung diese Zeit die ihr opfert für Allah Subhanahu Wa Ta'ala ist ein Segen für die Familie wie wir das in dieser Überlieferung haben dir entgeht viel Gutes guckt mal die Leute kamen und dann sagen sie boah die haben so viel gelernt und uns ist so viel ein bisschen entgangen aber gleichzeitig fordert Allah Ta'ala hier diejenigen auf denen das widerfahren ist dass sie vergeben sollen dass sie verzeihen sollen weil die Kinder und die Familie das häufig nicht macht weil sie etwas mit einer bösen oder schlechten Intention sie machen das meistens aus was aus Liebe weil sie möchten dass Baba bei ihnen ist sie möchten dass ihr Ehemann ihre Ehefrau bei ihnen ist aber hier muss man als Muslim auch wissen wie man richtige Prioritäten setzt und die Aufgabe eines Mannes in Bezug auf seine Familie ist es auch dass er diese Prioritäten richtig setzt was nicht immer einfach ist was nicht immer einfach ist und er braucht dafür Sobr und er braucht dafür was Barmherzigkeit und Vergebung und Liebe so wie es Allah Subhanahu Wa Ta'ala hier aufgezeigt hat es gibt noch eine andere Überlieferung diesbezüglich und zwar dass diese Ehe offenbart wurde in Bezug auf Auf Ibn Malik Al Ashja'i dieser Sahabi hieß Auf Ibn Malik Al Ashja'i es wird überliefert dass er sehr viel eine große Familie hatte viele Kinder hatte und immer wenn er sich an einer Schlacht beteiligen wollte dann haben seine Kinder geweint verständlicherweise was Normales und dann zu ihm gesagt wem überlässt du uns und er wurde schwach und bleibt lieb dann aber dadurch was dadurch viel verloren Subhanallah woraufhin diese Ehe den Herr abgesandt wurde ja ich weiß ja hier Allah Ta'ala er verlangt von den Gläubigen nicht wenig aber weil ich die wahre Allah ist wertvoll weil ich die wahre Allah ist das Paradies und hierzu müssen sowohl Mann als auch Frau sich gegenseitig unterstützen auf dem Wege Allah Subhanahu wa ta'ala gut dann die nächste Ehe in der Allah Subhanahu wa ta'ala dann nochmal allgemein über diesen Punkt spricht innama amwalukum wa awladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim wallahu indahu ajrun azim euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung Allah aber bei ihm gibt es großartigen Don ja ich muss aufpassen sowohl mein Vermögen als auch meine Familie können eine Fitne sein und sie können mich abhalten von den Pflichten gegenüber Allah Subhanahu wa ta'ala und dafür muss ich auf es muss dann immer auf der Hut sein und Allah ta'ala hat wie gesagt in der Ehe davor über die Fitne in der Familie gesprochen und dann in der letzten Abschnitt in dem letzten Gebot spricht Allah ta'ala über die zweite Fitne und zwar die Fitne des Vermögens des Gehdes die nämlich Allah ta'ala daraufhin sagt fattakullaha mastata'atum daher fürchtet Allah soweit ihr könnt wasma'u wa ati'u wa anfi'u khayran li'anfusikum und hört zu und gehorcht und gebt Gutes für euch selbst aus wa man yuqa shubha nafsihi fa'ula'ikahum al-mufli'un und diejenigen die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben das sind diejenigen denen es wohl ergeht aha schön dieses Ruder aufgebaut ist erstmal die Fitne der Familie dann kommt diese allgemeine Eier wo es um die Fitne der Familie und des Vermögens geht und dann ganz am Ende die Fitne des Vermögens und Allah ta'ala sagt dann da fürchtet Allah so weit ihr könnt die Sahabe als sie diese Eier gehört haben sich Angst bekommen es wird überliefert von Saeed ibn Jubir zu einer Tabi'un das als Allah ta'ala diese Eier herab gesandt hat wurde es richtig schwer für die Muslime wir haben Angst bekommen ich soll Allah so fürchten so gut ich brüchig wird und das schmerzt dann schon also sie sind angeschmollen und sie haben richtige Horn auf der Stimme bekommen weil sie so viel gebeten haben sich so viel angeschränkt haben wo Allah ta'ala dann gesagt hat Entschuldige ich habe gerade einen Fehler gemacht und zwar als sie herab gekommen ist fürchtet Allah in Surat a Imran so geziemender Weise kam dann diese Eier herab als Erleichterung für die Muslime so gut ihr könnt fürchtet Allah so gut ihr könnt was bedeutet diese Eier aber nicht fürchtet Allah so gut ihr könnt dass ich meine Pflichten vernachlässige ich kann nur so weiter kann ich nicht nein Allah bürdet eine Seele nicht mehr auf als sie tragen kann Allah hat von uns Muslime nicht mehr verlangt als wir tragen können wenn Allah von mir verlangt fünfmal am Tag zu beten dann kann ich das ist nur eine Frage der Prioritäten die ich setze also mit Fettak Allah ist was gemeint dass ich über die Pflichten hinaus versuche dann Allah so gut ich kann zu fürchten über die Pflichten hinaus aber die Pflichten an den kann ich nicht rücken ich kann nicht sagen ich bete nicht weil es mir zu viel ist oder nur so weit kann ich gehen mehr kann ich nicht nein ich strenge mich an wichtig auch kann jetzt aber jemand sein der sagt ich schaffe es eine Pflicht nicht zu erfüllen als Beispiel eine Schwester die sagt ich schaffe es nicht Hijab zu tragen oder meinen Kopf zu bedecken dann sagt kommt diese Ehe ins Spiel wenn ich es nicht schaffe mein Haar zu bedecken bedeutet das nicht dass ich mich eng kleide bedeutet das nicht dass ich meine Arme freimache ich kann aus welchem Grund auch immer mein Haar nicht bedecken so wie es Allah von mir verlangt hat dann versuche ich aber den Rest meines Körpers zu bedecken dass ich sage Allah das ist das was ich auch immer aus welchem Grund auch immer was passiert häufig wenn dann gerade jetzt in diesem Bereich wenn manche Schwestern den Hijab ablegen aus welchem Grund auch immer dass sie dann nicht nur den Hijab ablegen das Haar sondern häufig dann auch viel weiter gehen und das ist dann der Weg des Shetans uns davor bewahren ich Eigenhabsucht bewahrt bleiben das sind diejenigen denen es wohl ergeht und das macht Allah den Gläubigen das spenden schmackhaft wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt dann wird es euch vervielfachen dann wird er es euch vervielfachen und euch vergeben und Allah ist stets zu Dank bereit und nach sich wie Allah das zum Ausdruck bringt wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gibt das heißt wenn ich spende ist es so als würde ich Allah Geld leihen was heißt das ganz konkret erstens was für eine Ehre ist es für mich als Mensch meinem Schöpfer Geld zu leihen im übertragenen Sinne mit anderen Worten das was ich gebe ich nicht dem Menschen sondern ich gebe es wem ich gebe es Allah wie unsere Mutter Ayche gesagt hat als sie gespendet hat hat sie immer parfümiert das Geld das was sie gespendet hat und dann wurde sie gefragt warum machst du das und sagt sie ja dieses Geld bevor es in die Hand des Bedürftigen fällt fällt es in die Hand Allahs du gibst Allah etwas du gibst es für dich selbst und was bedeutet das noch dass ich Allah ein Darlehen gebe ein Gott was bedeutet das noch was passiert mit einem Darlehen wenn ich es jemandem gebe dem ich vertrauen kann irgendwann kriege ich es zurück das heißt mit anderen Worten das was ich gebe das kriege ich zurück ist nicht verloren im Gegenteil das das einzige was bleiben wird und deswegen als unser Prophet zu Hause wir kennen die mal die falls er nach Hause kam und ich habe einen Schaf mit ihm starten lassen und dann fragte er was habt ihr mit dem Schaf gemacht und sagte sie wir haben alles gespendet außer der Schulter dann meinte der Prophet alles ist noch vorhanden außer der Schulter die Schulter die er essen wird die ist weg sie werden selbst essen wenn du spendest meine geehrte Schwester mein lieber Bruder dann wird Allah deine Spende groß machen wie jemand ein Fohlen ein kleines Pferd sozusagen sich um das Pferd kümmert bis es groß wird bis zu einem Pferd wird so dass am jüngsten Tag plötzlich ein einziger Dirham eine einzige Silbermünze zu was wird zu einem Berg vor der Hassanat zu einem Berg vor der Hassanat und dann schließt Allah das ab indem er sagt er ist der Kenne des Verborgenen und des Offenbaren der Allmächtige und Allweise Allah weiß ganz genau was in deinem Herzen ist Allah weiß wer spendet Allah er weiß wer ausgewandert ist Allah er weiß wer standhaft geblieben ist auch bei den vielen Versuchungen die es in dieser Welt gibt Allah er weiß das und es wird nichts verloren gehen egal egal was du an gut tust Allah weiß es und egal was du an schlecht tust Allah weiß es und damit stießt diese schöne Surah ab was sind nochmal diese vier Ratschläge die Allah uns gibt damit wir vor dem Verlust am jüngsten Tag am Tag des Terabum bewahrt bleiben Nummer eins vier Ratschläge die Allah uns gibt damit wir zu einem erfolgreichen gehören das ist das erste gewesen die erste die wir heute besprochen haben im zweiten Teil der Surah kein Unglück trifft jetzt auf dich außer wer glaubt ja dem wird sein Herz recht leiten also mit anderen Worten dass ich Allah vertraue und weiß dass egal was mir am Verlust geschehen ist in dieser Dunja wenn ich es für Allah getan habe dann liegt darin etwas Gutes und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen das das Erste das Vertrauen in Allah und dass alles was mir geschieht und widerfährt als Muslim am Ende eine Prüfung von Allah ist und gut für mich ist Nummer eins was das zweite Gebot Ja wenn man die Sorge wegnimmt dass man noch eine Sorge wegnimmt Ja und woran ist diese Ayat das sind alles Teilaspekte gewesen was war das zweite gewesen Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten das ist die Grundlage für jeden Muslim immer zu gehorchen und keinen Unterschied zu machen diesbezüglich wenn ein Gebot von Propheten kommt ist es so als als es dann ist ein Gebot von Allah nicht es ist so es ist ein Gebot von Allah was Nummer drei genau dass ich mich in Acht nehmen muss davor dass meine Liebe zu meinen Kindern zu meiner Frau zu meinem Ehemann mich davon abhält die Gebote Allah zu verfolgen Nummer drei die Fitne der Familie dass ich mich vor ihr in Acht nehme und Nummer vier die Schwestern jetzt bitte eine Sache die die Fitne des Besitzes dass ich mich vor der Fitne des Besitzes nach nehme und bereit bin auf dem Wege Allah zu spenden vier Ratschläge wenn du sie beherzigst dann bist du am jüngsten Tag einer der Gewinner wenn du sie nicht beherzigst dann könnte es sein dass du glaubst du hast Erfolg und wirst sich dann wundern am jüngsten Tag dass du eigentlich zu den Verlierern geherst wenn Allah an soffert mit an rabbi alemi surat attagham zu das wege zum